Man hat schon so Tage, an denen man aufräumt, man bringt dann in Ordnung, was nie sonst geschehen, an denen man alte Geschichten neu aufzäumt, und jetzt kommt in Ordnung die Sache erledigt. Vielleicht soll ich sagen und weinen womöglich, mein Traum, du, ich liebe dich unsäglich, ich bin dein Sklave, dein Wurm und dein Knecht, die Frauen können reden, die Frauen können sprechen, die Männer hören zu, denn das ist ihre Pflicht, sie dürfen um Himmelswillen nicht unterbrechen, weil man einem Verrückten doch nicht widerspricht, das rascht wie ein Wasserfall, oft ganze Wochen, bei Tag und bei Nacht, ununterbrochen, im Reden sind Frauen das starke Geschlecht, nicht wahr, meine Damen, sie haben immer recht. Auch das mit dem Kochen, das sind schon so Sachen, warum soll's die Frau, und warum nicht der Mann, er soll in der Küche das Mittagsmahl machen, und sie kommt nach Hause und schaut sich das an. Du willst Fabrikant sein, offenbarungsbeeidet, und weißt nicht einmal, wie man Sauerkraut schneidet, du bist ein Volksredner und machst einen Auflauf so schlecht, dann kocht sie selber vor Wut und hat Recht. Ein Heiratsgut wünschen sich sehnlichst die Männer, die oft man am Wege zum Standesamt bringt, weil's doch nicht egal ist, behaupten die Kenner, ob man sich dann ohne, ob mit, mit, gibt, gibt. Drum nehme so mancher im Ehestandsbetriebe, die Frau aus Vernunft, das Geld aus Liebe. Ist sie dann falsch, ist die Mitgift doch echt, nicht wahr, meine Herren, die Idee ist nicht schlecht. Es schwärmte ein Mädel für flimmernde Schemen, denn Hansen zum Beispiel findet sie göttlich und smart, an dem, sagt sie, sollt' ich ein Beispiel mir nehmen, wie nett der mit Braun ist, wie lieb und wie zart. Da hatte ich schließlich genug von den Schmachten, ich zeig dir Heinrich den Achten. Er hat Methoden für schwache Geschlecht, mir graut vor dem Heinrich, doch er hat manchmal Recht.